Ja, hier kommt die nächste Geschichte und zwar Sky Dumont. Handelsblatt sagt, ich hätte lieber 20 Schwarze aus Guinea als Nachbarn. Also ich vermute mal, er meint 20 weibliche Guinea-Rinnen. Er ist ja, glaube ich, wieder Single. Er sucht für die deutschen Gene noch einen Ablageort als Nachbarn, als ein Nazi. Also lieber 20 Menschen aus Guinea als ein Nachbarn als Nazi. Sky Dumont. Ups. Ich bin ja jetzt, sagen wir mal, doof. Aber ich bin schlau. Ich habe beim Wikipedia nachgeguckt. Der, erstmal ist ja, pass auf, ich mag ihn. Punkt. Boing. So. Dann, was da drunter steht, ist natürlich Bullshit. Paradebeispiel für den geistigen Dünnschild auf Facebook, bla bla bla. So geht es nicht, Kinder. So dürft ihr mit jemandem, der natürlich eine sehr, sehr lange Biografie hingelegt hat und der auch sehr viele gute Sachen gemacht hat, nicht umgehen. Das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Das darf man nicht sagen. Da möchte ich auch mal einen kleinen Tadel an die Abteilung hier auf Facebook geben und sagen, ich würde mir wirklich wünschen, macht das weg. Das ist nicht in Ordnung, denn der gute Sky Dumont, jetzt kommt nämlich der Knaller, der ist bei der FDP. Der macht nämlich nicht nur Filme, der macht nämlich auch Politik. Und aus dem Gesichtspunkt, aus dem sogenannten Kontext, ist natürlich so ein Statement ganz anders zu sehen. So, wer hat es aufgedeckt, wer hat es geleakt? Decknacki. Ne, ich verlinke den Scheiß wie immer. Zieht die Gänge nicht so und lasst euch nicht verarschen. Ist bald Wahl.